Musik Ich bedanke mich für die Nominierung, jetzt geht auch noch damit los. Ich habe letztes Jahr selbst eine Verdachtsdiagnose auf ALS bekommen, weil meine Halswirbelsäule auch in der ersten Ursache zwei Monate lang gelähmt war. Gott sei Dank war es nur eine Fehldiagnose. Viele Menschen auf dieser Welt haben nicht das Glück und bekommen das in Wirklichkeit diagnostiziert. Und für all diese Menschen stehe ich heute hier. Bevor es mich gleich eiskalt erwischt, muss ich selbst noch nominieren. Chris, ich nominiere dich, weil du gestern mit mir nicht ins Ruby gegangen bist, sondern lieber ins Jack Rabbit. Viel Spaß dabei. Ich muss auch meinen Schatz runter. Schatz, ich muss dich nominieren. Wir müssen zusammen durch Feuer und Wasser gehen. Und nicht zuletzt Martha alias Marnie. Es tut mir leid, aber auch wir stehen ja normalerweise jedes Leid zusammen durch. Und weil ich schon Herzklopfen habe und nicht mehr reden kann, schütte ich mir jetzt einfach drüber. Oh Gott. Drei, zwei, eins. Heidio! Drei, zwei, eins. Zwei, zwei, eins. Zwei, zwei, eins. Vielen Dank.